Oh, 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 was haben wir denn hier? Oha, das nehmen wir mit und da ist auch noch was. Da vorne, Kuhflügel, da, noch mehr. Alter, Batz, 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 das ist der größte Fund unserer Karriere. Leute, ihr wisst, was das heißt. Jawohl, so muss das sein. Grenzposten-Polizist Paluten meldet sich zu einem weiteren Abenteuer, denn wir testen heute zusammen das Spiel Border Patrol. Soll so ein bisschen so sein wie Papers, Please oder Kontraband-Poliz, also Grenzposten-Simulator. Ich bin sehr gespannt. Der Grafikstil sieht schon mal ganz nice aus. Und ich würde sagen, Start. Tutorial brauchen wir doch nicht. Oh, wach auf, Genosse. Ein weiterer toller Tag in Alberia liegt vor Ihnen. Okay, Alberia ist scheinbar die City oder das Land, für das wir arbeiten. Wir haben 500 Dollar. Okay, ich würde einfach mal sagen, ich denke mal, wenn wir hier klicken. Zack. Oh, dicker LKW. Gut, kommen Sie, kommen Sie. Bitte, bitte, bitte. Alter. Okay, sieht so ein bisschen so aus, als würde er mich gleich verprügeln. Gut, es ist Levent Kur... Sorry, Kurbanov. Der musste einfach raus. Ich habe heute... Oh. So, Levent. Königreich des Ostens sehen wir hier. Passnummer, Zulassungsnummer. Okay. Ich werde ja... Hier ist ja direkt alles am Start. Einreisegenehmigung. Grundarbeit. Gültig. Wir können auch hier... Ja, oh, guck mal hier. Machen wir einen Scan. Bip, 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 bip. Cargo. Oh, oh, da kommt Cargo. Ah, guck mal, das kann man sich so ausdrucken lassen. Frachtnotizbuch. Viermal chemische Stoffe. Drei Weinfässer. Okay. Das Ding wiegt 3300. Ja, also, Herr Kurbanov, ich würde sagen, hier ist alles in Ordnung. Approved. Bats. So. Oh, oh, warte mal, was ist das denn hier oben? Oh Gott. Gesucht. Schmuggler. Ah ja, okay, okay. Sieht alles gut aus. Fahren Sie, fahren Sie bitte weiter. Danke. Ja, perfekte Inspektion. Ich kann es noch. Warte mal, wir sind Alberia. Sehr gut. Nächster bitte. Kommen Sie, kommen Sie. So, oh, was ist denn da los? Warum sieht das alles so krass aus? Eine Kuh. Herr Tulkin Samdan. Juli, Geburtstag. Boah, Alter, bist du alt. Erkennung von Schmuggel. Ah, da ist auch wieder verbotene Gegenstände. Ah ja, ja, ja. Röntgenscannen. Ja, lass erst mal gucken, weil er hat ja eine Kuh dabei angeblich. Oh. Ja, da ist eine Kuh. Warte, wir gehen mal, wir machen mal Scan. Sieht safe aus. Und ich würde auch sagen, dass das eindeutig eine Kuh ist. Guck mal, wir können auch hier so ein bisschen aufmachen. Ansicht. Ah ja. Ist immer noch eine Kuh. Inspektionsbericht. Frachtnotiz. Ja, eindeutig eine Kuh. Bip, 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 bip. Einmal Ansicht. Oh. Was? Warum ist da Fisch? Ich bin verwirrt. Ah ja, guck mal. Ah, guck mal. Wir können hier so ein paar sneakige Geheimfächer. Ah ja. Wer da das versteht, warum ist denn da hier plötzlich aus der Kuh wird Atommüll? Ah ja, die passt nochmal. M-K-S-L-4-D. Ein Sieger viermal. Oh, warte mal. Wir müssen mal ganz kurz nochmal das Gewicht checken. 1.600. Oh, 1.680. Ah, tut uns leid. Das ist falsch. Inspektionsbericht. Leider ist das Fahrzeuggewicht. Also, das tut mir wirklich leid, Sir. Sie dürfen uns leider nicht besuchen, Herr Tolkien. Abgelehnt. Oh, wir müssen auch hier drauf achten, dass dieser Gesuchte. Begründete Ablehnung. Perfekte Inspektion. Aber warum haben wir dafür jetzt minus 100 bekommen? Wir haben das doch alles richtig gemacht. Falls ihr wisst, was ich da gerade falsch gemacht habe, sagt Bescheid. So. Hier haben wir Herrn Sauer Balci. Sauer Balci steht auch über Sauer Balci drauf. So, wir gucken uns das mal an. So. Ja. Ich mach mal hier mal auf. Guck mal hier mal überall rein. Einmal bitte. Oh, Unpack. Suche. Wir scannen. Bip, 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 bip. Ich weiß immer noch nicht, wofür der Scan genau. Aber wir drehen mal die Ansicht. Zwölf mal Zement. Mach mal auf den Laden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ja. Stimmt. Dreizehn mal Zement. Das ist jetzt auch nichts auffälliges. NDD 06 2 NB. Können wir noch mal drehen. Immer wenn man den zum dritten Mal dreht, verschwindet der. Oh, was ist hier noch drin? Ach, guck mal. Hier sind teilweise so versteckte Dinger. Ich kann aber nur die beiden öffnen. Okay. Ich glaub dir einfach mal. Gewicht. Zwei, sieben ist in Ordnung. Ja. Ich glaube eigentlich, dass das gut aussieht. Man kann ja auch das hier anwenden. Dann zeigt er irgendwie. Scannt er alles. Ähm. Ja. Ich würde ihn reinlassen. So. Komm rein. Sauer Balschi. Da geht er wieder. Also irgendwie sieht hier jeder auch so krass muskulös. So. Fahren Sie. Ja, bitte. Bisschen schneller. Was? Ungültige Inspektion. Was hab ich denn? Komisch. Ah, guck mal. Hier kann man Sachen ausbauen. Ja, dann kann man die Straße verbessern. Also es ist schon irgendwie wie Kontrabandpullis. Hier hat man ein Inventar. Hier sind die Zellen. Oh. Tag ist vorbei. Tageskosten 70 Dollar. Korrekte Prüfung. Ja, gut. Wir müssen auch erst mal ein bisschen reinkommen. Wir haben vielleicht ein bisschen Minus gemacht. Aber es würde uns nicht nochmal passieren. Waren Sie auf. Wir haben wieder einen anstrengenden Tag vor uns an der Grenze. Jawohl, Sir. Ich gelobe Besserung. So. Frau Emin Kevoyan. Emin Kevoyan. Emin Kevoyan. Ich mach jetzt hier einmal. Wir lassen uns hier mal alles scannen. Übereinstimmung. Sehr gut. Oh, Abweichung. Stopp, 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 stopp. Hier ist alles gut. Auch noch eine Abweichung. Ah, ja. Inspektionsbericht. Hintergrund der Papiere und... Ei, 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 ei. Ah, darauf haben wir das letzte Mal nicht so richtig geachtet. Dass es eine Baukatastrophe zum Beispiel gab. Nach Angaben der Generalbauaufsicht wurde der Zusammenbruch eines Wohnblocks in Boris durch schlechte Qualität ausländischer Baustoffe verursacht. Auf Beschluss der Partei ist verboten, Baumaterial ins Land zu transportieren. Okay, ja, wir gucken jetzt erstmal. Aber sie will ja gar nichts... Ah, doch. Gepäck und Getreidesäcke. Mhm. Bip, bup, 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 bup. Okay, hier kann man... Ich mach mal auf. Einmal Ansicht. Nochmal Getreide. Ich lass mir mal da so ein Dingens ausgeben. Cargo. Okay, fünfmal Gepäck, Getre... Ja, gut, aber das ist ja nicht verboten. RLQ. RLQ 690. Ja, 00KT. Ja, tut mir leid. Also, abgelehnt. Komm, jetzt gib mir bitte mal ein bisschen Geld jetzt hier. Jawoll. Boom. Endlich mal ein bisschen Kohle, Mann. Puh. Guten Tag, kommen Sie. Oha. Er denkt auch Geschäftsmann. So, wen haben wir denn hier? Den Herrn Akaki Naumo. Getreide. Okay, das ist ja Getreide, Fischfass. Da mach ich wieder hier so ein Ding, oder? Machen wir so ein Bip, bup, bup, bup. Sieht alles gut aus. Alles top, top. Akaki. Super. 31. Und Bellarius ist auch nichts, was da irgendwie steht. Da mach... Oh Gott, Alter, was... Warte mal, was hast du denn da jetzt? Äh, 4600. Das werden wir jetzt mal... Also, 4,6. Das geht noch klar. Okay. Gucken wir jetzt hier aber trotzdem mal rein, Akaki. Nix gegen dich, Brudi. Aber da muss man ja schon mal ein bisschen... Bisschen genauer hingucken. Ich mach hier auch mal einen kleinen Scan. Oh, Akaki! Akaki! Was ist denn das, Akaki? Der Reifen? Warum hab ich... Vor allen Dingen, warum hab ich dafür Minus bekommen? Ach so, ich kann aus Versehen... Ich kann da auch... Die Reifen... Tut mir leid, Akaki. Ich wusste das nicht, dass ich da einen Reifen kaputt gemacht hab. Ich wollt eigentlich nur gucken, ob da was ist. Gib mir mal so ein... Den Bericht. Äh, 2, 3, 2. 2. Fisch, Getreide... Ja, alles gut. Ich würd trotzdem ganz gerne einmal... Das anpacken. Genau. Ah, guck, jetzt check ich das auch mehr. Oh, oh, das wollt ich gar nicht. Okay. Herr Akaki. Ich denk, Sie sind sauber. Oder? Also, ich hab jetzt nix Gegenteiliges gefunden. Ey, tu mir leid nochmal, dass ich da dein Auto ein bisschen zerstört hab. Das hab ich echt nicht mit Absicht gemacht. Du kannst jetzt einfach fahren. Oh, sehr gut, Alter. Perfekte Inspektion. Uh, guck, wir kommen langsam rein. Wir brauchten einfach nur ein bisschen Zeit, um warm zu werden. So, moin. Es geht. Oh, 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 oh. Das ist nämlich schon mal hier ganz falsch, weil Zement ist ja auf unserer Liste. Baumaterial, genau. Es ist verboten. Ja, gut. Wir können ja hier schon Einreisebestimmung. Dafür ist es allein schon falsch. Ich werd dich trotzdem einmal wiegen. Das sieht gut aus. Ich mach trotzdem auch mal einen Scan. Ich check mal nicht, dass du uns versuchst, hier ein bisschen auch zu verarschen. Deshalb drehen wir mal. Wir machen hier mal auf. Okay, da seh ich jetzt nix. Mach mal den Bericht. 10, 1, 1, 5. Ja, das wird schon richtig sein. Ja, Brudi, ey, das tut mir jetzt nur leid. Naja, aber es ist ja allein deswegen schon die Neid. Super. Ey, mach bis später, ne? Dir schönen Tag. Mussten wir ja machen. Boom. Das war's wahrscheinlich alles. Ja, sehr gut. Leute, läuft doch. Guck mal, Leute. Jetzt haben wir auch gut Cash gemacht. Das gefällt mir. Genauso. Ich hoffe, sie haben gut geschlafen. Bist du bereit? Ja, ich bin sowas von bereit für einen neuen Arbeitstag. Deswegen direkt mal der Nächste. Oh, guck mal. Ich glaube, er hat so einen Range Rover. So, oh, wir sollten trotzdem erst mal gucken. Baukatastrophe Schmuggler. Alter des Fahrers und Iberia City. Er ist keine 50. Und auch nicht aus Iberia. Der Sandro Georgase. Ich guck mir das hier mal alles ein bisschen genauer an. Sieht alles gut aus. Übereinstimmung. 55. Ja, wunderbar. Das ist doch schon mal gut. So. Da müssen wir jetzt aber trotzdem uns mal ihr Auto... Oha. Er ist auf jeden Fall designt. Nach so einem Range Rover. Hier sieht alles safe aus. Keine Cracks. XRG. XRG 219 LX. Ja. Wiegen den auch. 1300. Das ist auch gut. Können wir mal aufmachen. Sieht alles gut aus. Hier ist, glaube ich, nichts Verstecktes. Ja, Mensch. Also, sofern ihr jetzt nichts anderes gesehen habt. Oha. Alter, das ist ja richtiges Schmugglerversteck. Also, ich würde ihn eigentlich... Ich würde ihn einfach reinlassen. Passt nur mal. Hier wurde ja auch nichts Negatives angezeigt. Approved. So. Herzlich willkommen. Sandro. Sehr gut. So, nächster. Ja. Oha. Alter, was hat er denn für Bizeps? Wirst du hier gesucht, ne? Gut. Bader Bojan. Seife und Salzsack. Das ist ja nicht verboten. Tourismus. Oh. Oh, 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 oh. Also, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen am Start. Das... Da muss ich mir sie mal ein bisschen genauer angucken. Mhm. Ja. Tür zu. Ansicht. Salz. Haben sie hier auch versteckte Dinger? Ne. Aber ich lass hier mal... Oh, Cargo. Ist zumindest das, was draufsteht. Ja, gut. Das ist jetzt nichts Verbotenes. Und auch hier bei dem Scan sehe ich jetzt nichts. Ja, gut. Aber trotzdem ist falsch. Also, Hintergrund der Papiere und so weiter. Ja. Tschüss. Oh. Ja. Nächster, bitte. Oh, das ist ein dickes Ding. So. Das ist aber cool. Inokenti. Panomariov. Chemische Stoffe. Werden chemische Stoffe zum Bauen benutzt? Oh, warte mal. Aber guck mal hier. Das könnte so ein Gesuchter sein. Weil wir haben auf unserer Liste... Haben wir einen Schmuggler, der in Alberia City sein könnte. Da müssen wir das Ganze mal ein bisschen... Oh, warte mal. Ah, ja. Das sind die chemischen Stoffe. Ich mach hier mal so einen kleinen Scanner. Oh, 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 oh. Was haben wir denn hier? Lass mich da mal suchen. Oha. Das nehmen wir mit. Und da ist auch noch was. Oh, alter Schwede. Da ist richtig viel. Da ist... Der hat ja richtig geschmuggelt. Leute, ihr wisst, was das heißt. Ah ja, warte. Wir sind noch nicht... Wir sind noch nicht fertig. Da ist noch mehr. Wir machen hier auf. Oh, das ist doch... Alter Schwede. Das ist alles voll. Nochmal ein Scan. Da vorne. Kotflügel. Da. Noch mehr. Alter. Batz, batz, batz. Das ist der größte Fund unserer Karriere. Oh, Scanner hat wenig Energie. Oh, warte. Wir müssen... Das muss einmal rausgeholt werden. Unpack. Aber hier sehe ich nichts. Oh. Da ist doch... Da ist auch was drin. Alter. So, muss ich jetzt hier alle aufmachen? Hier ist nix. Auch nix. Hier noch. Zack. Oh, ah, jo. Okay. Oh. Wir... Treffen Sie Ihre Wahl. Nehmen Sie die Bestechungsgelder an. Oder paft. Jawohl. So muss das sein. Das war gut. Das war wirklich... Das war wieder ein erfolgreicher Tag. Das ist geil. Warten Sie auf. Wir haben wieder einen anstrengenden Tag vor uns an der Grenze. Natürlich. Ich bin immer bereit. Ich bin immer da. Ja. Hallo. Guten Tag, Ma'am. So. Da lasse ich doch mal wieder hier ein bisschen was... Oh, 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 oh. Da ist das hier, der Frachtliste. Okay. Also wir haben hier auf jeden Fall schon mal ganz viele Sachen, dass sie hier sich mal ganz schnell verpieseln kann. Das macht sie natürlich direkt auch ein bisschen verdächtig. Scanner hat wenig... Ja, warte, aber wie kann ich denn meinen Scanner wieder aufladen? Ich kann jetzt ja hier nicht immer random reinschneiden. Ja, sieht alles gut aus. Du darfst ja trotzdem nicht rein. Oh, hier sehen wir jemanden, der gesucht wird. Irgendwie... Ich hab bei ihr ein schlechtes Gefühl. Ich guck mir das mal ein bisschen genauer an. Ah, ja, okay. Ja, du kannst einfach nicht rein. So. Tu mir leid, dass ich da bei dir alles irgendwie ein bisschen kaputt gemacht hab. Aber das ist ja... Ne? Hier. Wunderbar. Ja. Sehr gut. Begründete Ablehnung. Aber es war nicht perfekt. Was war denn bei ihr falsch? Stempelablaufdatum. Ja. So. Guten Tag, Ma'am. Ähm. Oh, Königreich des... Oh, die guckt auch so gemein. Was ist denn los bei dir? Ich muss jetzt mal kurz hier dein Auto ein bisschen inspekten. Oh. Entschuldigung. Tu mir leid. Wollte nur kurz mal ein bisschen reingucken. Ansicht. Weil mein... Entschuldigung. Mein Scanner ist irgendwie kaputt. Ich werde trotzdem einmal reinschlitzen. Sorry. Tu mir leid. Ich habe das... Zu Unrecht gemacht. Ich lass noch mal kurz scannen. Ist aber... Ist alles gut. Oh, ne. Abweichung. Pass noch mal. Sag mal. Ja, tu mir leid. Das finde ich jetzt nicht gut. Dann muss ich ablehnen. Oh. Nase juckt auch Sinn. Sehr gar, ja. Tu mir leid. Aber sie haben ein schickes Auto. Au. Ich muss befördern. Danke. Ich kann noch hier... Warte mal. Wo konnte ich die Upgrades kaufen? Hier oben. Unzureichendes Geld. Super. Ne. Ich bin einfach... Ich bin zu arm für alle Upgrades. Uh. Ah. Da sieht man das ja auch. Der Baustoff. Ich mache trotzdem hier einmal. Müssen wir mal gucken. Ein Sinks. Sie fahren ein Sinks. Ich habe leider immer noch... Zu wenig hier. Ich gucke mir trotzdem mal alles ein bisschen an bei Ihnen. Ah ja. Das sieht stark nach Kies aus. Aber wir lassen trotzdem mal den... Ah ja. Einmal Kies. Ja. Aber ich kann... Ah ja. Der Kies wurde jetzt einmal geunpackt. Ja. Wir schneiden rein in den Kies. Chillig. Ich muss auch kurz mal einmal in den... Ja. Ui. So. Ähm. Ja. Das Problem ist... Dass das hier nicht funktioniert mit uns beiden. Also weil... Sie haben leider die Einreisebestimmung nicht erfüllt. Es sei denn, die haben sich geändert. Ah ne. Das ist weg. Ich würde eigentlich... Würde ich sagen... Komm rein. Ich glaube... Ich finde das gut. Ja. Komm rein. Tschüssi. Rauchen ist ungesund. Das sollten Sie nicht machen. Ich weiß nicht, ob das so eine E-Shisha ist oder sowas. So ein Vape. Aber das macht kaputt. Was? Zugelaster Fahrer ist... Explosion zu... What? Das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt. Was habe ich falsch gemacht? Wisst ihr das? Hallo. Guten Tag. Wollen Sie mich auch verarschen? Serie Kaminorf. So. Alles gut. Oh. Frachtliste ist abweichen. Ja gut. Da weiß ich dann ja schon. Dann ist er schon ein Arsch. Hintergrund der Papiere. Ich muss jetzt hier trotzdem mal... Oh. Was ist denn hier? Alter Schwier... Oh. Oh Gott. Oh. Fahrzeug schicken. Ja was denn? Leute. Hier ist alles voller Schmuggelware bei ihr. Da auch. Guck mal hier. Sag mal. Weil sie ist ja völlig krank. Oh. Ich habe keinen freien Platz. Warte. 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 Treffen Sie... Nehmen Sie Bestechungsgeld? Nein. Nehme ich nicht. Ich bin solide. So. Warte mal. Jetzt muss ich hier... Warte. Ich habe hier alles voll. Ah. Laden des Scanners. Was? Möchten Sie Vorrede an... Ja. Sehr gut. Und ich habe hier auch... Ah ja. Warte mal. Das packe ich alles hier rein. Ins Lager. Ich hätte mir auch mal ein bisschen Bestechungsgeld annehmen können. Vor allem da steht auch immer nicht, wie viel Bestechungsgeld das ist. Gut. Wissen Sie noch beim Richtersimulator, wo ich das Bestechungsgeld angenommen habe? Und dann einfach nur verarscht wurde? Das war auch eine ganz... Das war wirklich eine miese Nummer. Guck mal. Hier hinten auch noch was. Dabei wollte ich eigentlich nur aufmachen. Oha. Hier auch noch was drin. Alter. Sie ist... Sie ist ja geisteskrank. Wirklich. Ich lasse das mal anpacken. Weil das schneide ich jetzt auch nochmal überall rein. Da. Die Junge. Sie macht echt keine Gefangenen. Sie haut da echt alles voll. Ah, warte mal. Wir könnten doch jetzt auch... Wir haben hier zwei Straftäter. Policetransport. Ja, ja. Kosten von 100. Ah, guck mal. Boah. Die übertragen... Alter, wir haben 1600. Können wir uns jetzt nicht... Warte mal. Wahrnehmungsebene Energieüberwachung. Büro. Dann hätten wir Gefangenenkapazität, Lagerkapazität, Anzahl der Besucherstraße. Okay, wir haben trotzdem noch nicht genügend Kohle. Äh, genau. Wir müssen hier aber mal Kontrollzone freier machen. Jo. Oh, Verbrecher wurde geschnappt. Chillig. Und dann ist der Arbeitstag auch schon vorbei. Sehr gut. Oh, wir haben viel Kohle. Alter. Das war ein dickes Plus. Und ich glaube, auch unser Scanner ist wieder voll. Wahrauf, Genosse. Weiterer toller Tag. Alberia. Wunderbar. So, ist hier irgendwas neu? Oh, ja. Schmuggler. Ah, ja. Der wird aber immer noch gesucht. Ah. Moin. So. Oh. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Hier ist doch was. Total falsch. Falsch. Ja, ja. Die Se... Inspektionsbericht. Foto ist völlig falsch. Können hier trotzdem noch mal automatisch alles checken lassen, weil das finde ich schon immer praktisch. Naja, hier ist... Der Name ist falsch. Ölfässer. Also, das sieht ja mal gar nicht gut aus. Ich mache mal hier so einen kleinen Scanning-Scan. Hier ist alles safe. Dann halt die Ölfässer. Oh. Oh. Was haben wir denn da? Oh, tolle Arbeit. Du wirst besser... Oh, Alkohol. Ei, ei, ei. Rein, da rein. Da müssen wir aber jetzt auch einmal unpacken. Weil das müssen wir uns jetzt auch einmal angucken. Ich schna... Ei, ei, ei. Guck mal hier. Zack, Alter. Nochmal ein Löder. Ei, 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 ei. Da würde ich doch mal sagen, ähm... Die Lippen werden gespitzt. Richtige Verhaftung. Sehr gut. So. Macht die Kontrollzone frei. Aber wir sind echt wieder besser geworden. Wir mussten erst mal wieder reinkommen in das Business. Ja, gut. Oh, obwohl... Nee, nee. Ich würde nicht sagen, dass das ist. Da sieht er aber so aus. Ich check, soll ich ihn verhaften? Jawohl. Richtige Verhaftung. Straftäter. Sehr, sehr nice. Oh, gut. Oh, Alter. Er sieht ein bisschen aus wie so ein Polizist. Abweichung Reisepass. Ablaufdatum 53. Oh, 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 oh. Das? Du hast da ein bisschen... Also, Dreck am Stecken. Oh, ja. Oh, ho, ho, ho. Scanner aus. Ah, Falschgeld. Ei, 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 ei. Da kommt das Falschgeld raus. Da wird das bestimmt noch... Ist da hier noch mehr? Oh, ja. Hier. Ich mach trotzdem noch mal einen kleinen Scanny. Mach ihn hier mal auf. Dann bitte einmal anpacken. Ja. Hier auch noch was. Zack. Und... So, weg mit dir. Zelle. Oh, Zelle ist auch voll. Einmal Gefangenentransport, bitte. Sehr nice. Oh, da gibt's... Da gibt's die dicke Kohle. Oha. Einfach Arzt. Oh, okay. Easy Ding. Zack. Hier ist noch was drin. Alter. Einmal drehen. Ja, hier ist noch was. Ich lass ihn auch direkt alles ausladen. Zack, Junge. So. Es ist mir egal, ob sie Arzt sind. Arzt. Batsch, Junge. Oh, und du wurdest befördert. Sehr nice. Jawohl. Sehr gut. Oh, wieder ordentlich Cash gemacht. So, warte mal. Jetzt haben wir 2.200. Ich würd mal das Büro upgraden für 2.200. Zack. Jawohl. Oh, jetzt können wir fünf Leute ins Gefängnis stecken. Ui, sieht ja auch viel schicker aus. So, Leute. Ich würde sagen, wir haben für heute genügend verhaftet. Border Patrol, mein Fazit, ist auf jeden Fall geil. Ich freu mich ja immer über solche Games. Allerdings, Kontraband Police, beziehungsweise Grenzposten-Simulator oder Autoschmuggler-Simulator, wie es genannt ist, fand ich auf jeden Fall noch geiler. Aber das ist, glaube ich, cool am Handy und so weiter. Leute, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Falls ja, schallert wie immer gerne ein Like rein. Schaut natürlich auch wie immer gerne auf Paluten.shop vorbei. Ihr wisst Bescheid. Der neue Mega-Mini-Evil-Paluten ist am Start. Leute, ey, danke fürs Zusehen. Hört wie immer rein in die neueste Effchen mit Käffchen-Folge. Leute, ey, das war's. Haut rein. Tschüss, tschau.